willkommen zu einer weiteren woge hier im tsb 2 heute fahren wir die Linie also in der Intercity-Fallung des Erfahnen die Intercity-Linie die 10 2 1 20 20 nach Lübeck Hauptbahn Zug beeinflussen und ja wie gesagt diese Götter Befall in IC 22 22 nach ich hab die doch entriegelt Schließvorgang eingeleitet so 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 Jetzt habe ich erstmal direkt zum Startdreck Probleme hier. Jetzt habe ich erstmal direkt zum Startdreck Probleme hier. Ja, was ich nämlich habe begonnen heute in der 50-Jahre-City, ja 50-Jahre-City-Design. Und ja. Okay. 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 Das war's für heute. Ein Speisepersonalwagen wird für Sie bereitgestellt. Das heißt, in wenigen Minuten wird ein Mitarbeiter von uns durch den Zug laufen und ihn Snacks sowie Essen und Getränke anbeten. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab was vergessen, Leute. Ich hab das Licht noch nicht angemacht. Zug beeinflussung. Ich hab das Licht noch nicht angemacht. Ich hab das Licht noch nicht angemacht. Ich hab das Licht noch nicht angemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zoek beeinflussel. Bye. 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 Okay. Okay. Bye. 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 Wir fahren Sandwich. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Und ich baue Lok. Bade da gerade. 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 Ich hätte mal gehabt, da bin ich mal eine Runde IC gefahren. Und zwar, ähm, RISIG Nord. Und, äh, dann hatte ich noch einen Fall gebaut, beziehungsweise, das war ein kleiner Fehler. Und dann hatte ich Nightjet-Garnituren hinten auf meinem Hinterteil. Nightjet, UBB und SBB, ja. Ah, 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 ah. Oh, wow. Oh. Okay. Okay, so. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 14 wagen busker ist 14 wagen sandwiches sie gar nicht weil man sie die weine für so kurze dass du nur sie im wagen hast mich jetzt sind bei der zug der frauen zwar der ist geschichte nach der entdeckte endet schließvorgang eingeleitet scheiben schrei fahr Also ist Afralla Deutsche Bahn Aber jetzt wird alles los 103, 120, 101 Vom Bahnsteinkante runter Untertitelung des ZDF Äh, bin ich doof? Ja! Äh, bin ich schon wieder? Schöpfe, 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 schöpfe. Schöpfe, 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 schöpfe. Schöpfe, 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 schöpfe. Schöpfe, 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 schöpfe. Schöpfe, 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 schöpfe. Alles kaputt gemacht. Schöpfe, 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 schöpfe. Es hört auf. Es hört nicht auf. Schöpfe, schöpfe. Schöpfe, schöpfe, schöpfe. Schöpfe, schöpfe. Ah, da kommt ein Dosto. Da fehlt wieder was. Da war wieder ein FEX-Wagen und ein nach Schleswig-Holstein. Fabian, ich finde es nicht. Nein. Oh. Oh. Oh, natürlich. Zugbeeinflussung. 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 Zugbeinflussung. 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 Langeweile ist da. Zugbeinflussung. 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 Ich gehe jetzt auf Toilette und mal gucken, ob alles so läuft, wie es sich ist. Ich habe keine Autopilote. Ich habe keine Autopilote. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll das so sein? Ich bezweifle das. Eine Nachricht ist reingekommen. Und was ist es? Underworld. Yes. Okay, ich wollte Musik machen. Nein, ich kann es nicht mehr. Ja, wir können später GTA. Aha. Also jetzt gleich nach der Folge. Wenn das überhaupt... Wenn er überhaupt zuschaut. Warum riskiere ich das gerade? Hä? Zum Fick. Hä? Hä? Jetzt... So. Oh, jetzt muss ich... Höhe Freigabe. Höhe Freigabe. Höhe Freigabe. Höhe Freigabe. Dann war's das ja schon mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Sag ich schon mal. Und... Und... Ja, die kleine Fahrt hat mir jetzt selber gefallen. Bis sonst mit dem... Sandwich-Zug hier. Was ist das bis zu hier? RE8. Lübeck. Hauptbahnhof. Okay. Na gut, Leute. Die Folge ist damit jetzt zu Ende. Ich mach den Zug ab. Ich... Also ich mach ja alles fertig. Äh, zu spät? Okay. Na gut, Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Haut da rein. Und... Ciao!